Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Wir sind beim letzten Mal hier ein bisschen sogar vorangekommen. Wir hoffen ja mal, dass wir hier durchkommen, durch die wilde Höhle. Und wir dürfen ein paar Kämpfe machen. Was eigentlich für unsere Erfahrung oder unsere kleinere Mitglieder der Gruppe eigentlich schon ganz gut ist. Ich weiß nicht, ob wir diese hässlichen Dinger wären. Ähm, dann machen wir die Feuer und Teile-Magie. Wir brauchen ja nicht. Dann machen wir mal die Hande. Schöner Schaden. Äh, Queenie, du kannst auch mal den an. Du kannst den da an. Zack. Äh, wie viele? Ja, ich kann auch immer die an. Ich brauche mir keine Heilung. Äh, kein Zauber mehr. Aha. Der ist schon mal dauernd. Und sie dann darf endlich auch mal. Oh, das reicht nicht. Oh. So. Okay, die Autoposte muss ich mal rausnehmen. Die verschwenden das ja förmlich. Jedenfalls aktuell. Das ist zu krass, dass wir das benutzen. Ich mache es in die Fenster halblend oder so, aber einfach irgendwann. Das ist mir zu viel. So, wenn wir dann 9000 Credits. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Äh, Ability. Du hast das Ding auch nochmal. Wo ist es denn? Autoportion rausnehmen. Äh, schade. So, wer das noch? Hast du Autoportion? Autoportion hättest du. Kannst dir aber nicht leisten. Das ist gut. Wir haben andere Sachen angelegt. Äh, Ability. Okay, Lily, was mit dir? Du kannst Autoportion brauchen. Das ist eigentlich ganz gut. Anlegen. Aber du hast es für Stimme, ne? Ja, fuck. Wie du es brauchen kannst, hat es nicht. So, anlegen. Ähm. Ich lasse es einfach mal bei ihm. Bei Queen ist das noch okay. Aber nicht bei Vili. Ähm. Hallo? Hä? Habe ich hier nicht hin? Achso. Wow. Na toll. Jetzt würde ich rausgefunden, ob ich stehen musste. Kommt natürlich erst mal ein Kampf. Ah, die kleinen Rochen. Kein Problem. Zack. Einer weg. Alter, da sind die flach. 104. Auto-Portion. Sau, Mann, Mann. AG ist relativ günstig, muss man sagen. Also. Es ist nicht so schlimm, wenn sie es mal benutzen. Aber. Es hilft halt schon ein bisschen, wenn sie es zu früh benutzen. Unter der Hälfte dein Leben kann ich es verstehen. Aber. Ich will nur 10 HP verlieren, das dann direkt an uns. Dann muss ich ja schwach sein. So. Einmal wieder weg. Hm. Ansonsten geht es gar nicht so gut. Er ist schon Depri. Kannst du noch nicht was so fertig machen. So. So. Jetzt muss ich aber nochmal kurz gucken. Dass wir ihn da wieder ein bisschen aufkappeln. Baldrian. Und was war das andere? Das war glaube ich. Ähm. Einige Krauss? Vielleicht? Ja. Okay. Gut. So. Ich möchte mich gerne hier entstellen. Und wir haben den letzten Mal hier so eine kleine Kiste mal gefunden. Die eigentlich ziemlich gut war. Würde ich sagen. Jetzt muss ich nur wissen. Weil ich dachte, das wäre eigentlich Ausgang. Äh. Ja. Der scheinbar nicht war. Momentan eine Route. Zwei. Jetzt müsste ich den eigentlich wieder umstellen. Hab ich das Gefühl. Dass wir nach links kommen. Das ist doch gar nicht mal so gut. Dafür müssen wir wieder über die Eins gehen. Oh. Nein. Okay. Einmal über die Route wieder. So. Gabel und eins. Genau. Jetzt müssen wir wieder zur anderen Richtung. Da dann den Schalter aktivieren. Jetzt zurück. Oh wow. Ich mag dieses System einfach nicht. Ich bin sinnlos in den Hergelaufen. So. Ja. Das machen wir jetzt nur. Bei Position 1. Irgendwie fast bei zwei Umständen können wir noch wieder zur Position 1 suchen. Yay. Ah. Ich weiß nicht. Hat zwar Scham das Ganze hier mit den Animationen und so. Ey. Das dauert mir zu lange. Und. Ist auch ein bisschen nervig. Muss ich sagen. So. Gehe ich jetzt da hin. Kann ich wieder umstellen. Oh Mann. Oh Mann. Ja. Um den. Oder rechts lang. Ne. Quatsch. Um. So. Also wir haben bisher wirklich alle Schätze gefunden. Das ist ja auch schon mal was wert. Würde ich mal so sagen. Aber. Wir haben auch schon den extra guten Ausgang freigeschaltet. Also den allerletzten Schalter. Das Problem ist halt, dass wir erstmal da hinkommen müssen. Naja. Kriegen wir schon da hin. So. Jetzt stellen wir den wieder um. Oh Mann. Die zweite Sack hast du es nur für den Einschalter. Das ist zu drei zu kommen. So. Umstellen. Aber wir kommen voran. Das ist ja auch schon mal gut. Zumindest hoffe ich das. Gut. Ich bin wieder am Anfang. Von hier aus gehen wir dann weiter. Na. Doch. Ich hänge am Blumenfest. Wow. Und wir sind fies in Blumen. Wer kennt sie nicht? Moment. Verkaufst du mir eigentlich noch irgendwas? Nö. Verkaufst du mir was? Mokscher. Ähm. Achso. Okay. So. Echo Kraut. Mal gucken, ob wir irgendwas unter 10 haben. Nö. Passt. Jetzt müssen wir noch 1 zu 3 kommen, oder nicht? Mal gucken, ob wir in 2. Und wir gehen links rein. Okay. So. Wo komme ich jetzt hier hin? Genau. Den Schalter können wir noch umschalten. Lassen wir aber, glaube ich, erstmal. Warte mal. Wir können hier hin. Hier können wir weiter. Unten kommen wir da auch irgendwas machen, oder nicht? Oh, da bin ich jetzt. Okay. Dann, äh. Gucken wir, wo wir hier hin kommen. Wenn das jetzt wieder das Falsche ist, dann gehen wir mal nach oben. Oh, nicht die schon wieder. Aber greifen sie von hinten an. Das ist perfekt. So. Einfach draus. Einfach down. Zack. Zack. Schade, recken mich. Ah, ich darf doch nochmal angreifen. Schade. Und weg mit ihm. Ah, ich habe schon wieder nicht geguckt, was er schreibt. Mann, ich drücke zu schnell durch. Ach, okay. So, dann kommen wir jetzt, wo wir hier ankommen. Gut, dass wir so ein Öffnen, Junge sind. Oh, Mensch, warum sind wir hier? Oh, Mensch, warum sind wir hier? Das wird... Hä? Äh, der bringt uns wieder hier hin? Okay, dann gehen wir doch nach oben. Das ist das einzige Weg, mit dem wir jetzt gehen können. Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt richtig sind. So, da kommen wir noch zurück. Dann gehen wir hier lang. Wenn der ist, dass es falsch wird, dann gehen wir hier wieder hin. Und ändern ihn nochmal um. Dass er jetzt selber Kopfschule festfallen kann. Hammer. So, das hier war falsch, ne? Ja. Okay, wenn das hier falsch war, dann ändern wir den jetzt und gehen wieder nach oben. Äh, gehen dann nochmal hierher. Ähm. Ah, hier. Dann hoffe ich jetzt aber, dass wir richtig sind. Damit wir endlich vorauskommen. Okay. Viel Notfälle. Hm. Hm. Dann muss das jetzt aber klappen. Hoffe ich zumindest. Schalter 3 habe ich noch nicht so gut verfahren. Hä? Haben wir hier nicht schon? Hm. Es überzieht mich ein bisschen wenig. Hier ist die Küste. Hä? Da ist eine kleine Höhle mit Wasser. Ist hier irgendwas cooles? Kann nicht sein, dass ich... Ich verstehe es nicht. Wo muss ich hin? Jetzt bin ich wirklich raus. Ich glaube, wir werden hier ein bisschen umherirben. Ich glaube, wir werden hier runter làm. Aber gemütlich an. Ich verstehe es nicht, aber es ist egal. Und down. Sehr gut. Gravitas, oh nein. 183, oh. Nicht gerade sehr wenig, aber... Na gut. Ah, Lili ist kurz davor, ein Level abzukriegen. Die sollte aber kurz ein iPhone bekommen. Ähm... Weihdrehen, glaube ich, schwarz. Okay. Was ist das jetzt für Notfälle? Weil dann muss das doch der Ausgang sein. Oder nicht? Na, ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Äh... Mit dem Geistes. Ah... Wo wir da runtergestoßen werden. Natürlich. Oh. Okay. Können wir vielleicht hier anders irgendwo raus. Das haben wir nicht ausprobiert, oder? Kann das sein? Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. So, dann kommen wir jetzt aber raus, oder? Dann habe ich den ganzen Mist umsonst gemacht beim letzten Mal. Ja, Ausgang. Oh nein. Oder weiß ich jetzt nicht, wo wir sonst hängen hätten können. Hm. Hm. Da werden wir doch irgendwas übersehen. Ist aber nicht so schlimm. Wir sind ja raus. Hm. Dieses Licht. Hat sich der Nebelfall aufgeklärt? Ah. Äußerer Kontinent. Ach. Du Schande. Warte mal. Da unten waren wir, wurde Schoko beleuchtet. Und jetzt sind wir da oben. Und wir haben noch zwei Inseln vor uns. So wie das aussieht. Ich glaube nicht, dass die einfach nur so designt sind. So. Ich wollte hier mal kurz was gucken, was hier so für Gegner im Wald sind. Und wie stark die sind. Ist auch mal interessant. So. Was erwartet uns? Okay. Sonnvieh. Wiener. Hau dir das mal rein. 99. Ja. Ist okay. So. Wegenkammer. Das Ding Braten. Oh. Das ist schon da. Na ja gut. Na ja gut. Ne. 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 Haben wir erstmal hier lang. Und daller hier vorne festhalten kann er nicht. Ne. Geh hier fest von oben auf. Müssen wir mal gucken wo wer hinkommt. Wow was war das. Alter das ist ein fetter Schreif. Oh, der Kopf sieht ein bisschen mehr gut aus. Oh, fress den mal. Lili, was war das? Fehlt? Ach, du Schande. Ja, das war jetzt klar. Nachdem sie dann nicht trifft, war das feiersehbar. Ero. Ah. Aber okay. Nein. Ero. 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 Du hast dich selbst am besten. So, kann ich mal kurz anlaschen oder so? Himmelswind. Oh, er heilt sich. Okay. Warte, warte. Hm. Hab meine Heilung auch nicht viel gebracht. Oh, noch mehr Level-Ups. Sehr gut. Peridot. Schön. So, hier kann ich jetzt echt nicht rüber, ne? Nein. Schade. Schade. Na ja, gut. Dann haben wir das auch schon mal geguckt. Wo können wir überhaupt hin? Von da kommen wir. Also von hier, wo wir jetzt stehen. Wir müssen wahrscheinlich runter durch. Ah, das Schweinchen wieder. Was zum... Er ist versteinert. Was hat das für eine Fähigkeit? Felsenfest. Okay. Ähm. Okay. Kann man machen? Haha. Ich würde gerne wissen, was das da für ein Haus oben ist. Da möchte ich eigentlich gerne drauf. Ich halte mich erstmal hier rechts. So ein bisschen. Und ich möchte eigentlich hier hoch. Weil ich eigentlich eher von zum Haus möchte. Ich würde wissen, wo wir da sind. Das ist unser Gegner? Fress den mal. Ähm. Heil-Magie. So, selbst. Green-Win. Oh, schwächer werden. Wow. Und Fuß. Oh, wir haben Schatz. Perfekt. So, Greener. Jetzt kann ich es nochmal fressen. Wir probieren das einfach mal. Wir wissen, was das bringt. Oh, was zum Heckler soll das darstellen? Eine Pflanze unter der Erde? Oder wie sieht es aus? Oh, was ist das? Was? Das Ding one-hitted uns einfach. Ach, du Schande. Hunter erscheint. Was zum Heckler. Oh, dreimal blieben gleich. Pass auf. Helfen hilft aber gut. Fressen. Genau. Fress den Kaktus. Alter. Was zum Heckler. Ich will nix. Nein. 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 Leider ist. Ja. Zidane tot. Oh, so viel EP. Und Zidane ist davon abgekriegt. So ein Dreck. Oh, das ist traurig. Lilly. Du kannst mal kurz, äh... Ja, Engel benutzen hier. Sind alle voll? Das kann ich nicht. Oh, nee. Warte. Ich brauch ein Item. Na, Eta. Auf. Lilly. Du kannst das auch mal gebrauchen. Und... Ja, hier nimm halt. Dann seid ihr mal wieder alle voll. Ähm... Nein, ähm... Ah, so. Jetzt. Perfekt. So, jetzt geht das. So, dann machen wir uns beim nächsten Mal da auf. Irgendwie so ein bisschen zu erkunden. Ich will da hinten in die Stadt. Und, äh, ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.